Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 30.400 US-Dollar, wenig Veränderung. Ich habe heute früh ein kleines Update mal in die Gruppe gepostet. Wir werden das Video auch jetzt relativ kurz halten, weil, wie gesagt, es tut sich derzeit nicht wirklich viel. Wir werden nochmal kurz auf Ethereum blicken, wo es dahin gerade oder wo die Reise dort gerade hingeht. Wie der weitere Plan für die Stunden ist, aber ich würde sagen, den größten Teil mit natürlich euren Altkönnenwünschen besprechen wir heute Abend dann im Livestream um 19 Uhr. Wie immer könnt ihr gerne schon mal eure Altkönnenwünsche unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten um 19 Uhr, wie jeden Mittwoch und Donnerstag Livestream. Ja, ansonsten bleibt mir nichts weiteres zu sagen, als erstmal Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und wenn ihr noch eine Börse sucht, BingX, läuft weiterhin die Aktion 20 und 30 USDT Trades for Free. Free und Trade, passt nicht so gut. Ja, einfach anmelden. Ihr müsst mittlerweile 100 USDT einzahlen. Das habe ich auch in der Gruppe announced, weil einfach ein Haufen Bot-Angriffe waren und sowas. Deswegen nur noch 100 US-Dollar einzahlen. Ihr müsst damit nicht traden, aber ihr braucht die einfach, um diese 50 USDT insgesamt als Trading-Bonus zu bekommen. Gut, und damit würde ich sagen, direkt rein in die Analyse. Bitcoin, wie gesagt, bei 30.400 USD. Wirkliche News gibt es derzeit nicht. Die größere Range, die wir hier schon auf einen 1-Stunden-Timeframe eingezeichnet haben. Auch daran hat sich nichts geändert, nachdem wir gestern hier nochmal bis 31.300 US-Dollar hochgekommen sind, ging es jetzt auch wieder ein paar Dollar nach unten hin. Wir haben weiterhin, und das habe ich ja heute früh schon in der Telegram-Gruppe announced, wo haben wir es? Hier, dass wir so eine kleine Hidden Bullish Divergence haben. Das heißt, ein tieferes Tief im RSI. Das besteht auch weiterhin, nur das Tief hat sich jetzt noch ein bisschen verschoben. Aber das ist momentan so ziemlich die einzige Chance, wo ich sagen würde, okay, da könnte der Kurs zumindest jetzt nochmal kleine Trendwände machen und damit auch die Chance, hier nochmal den Move in Richtung 32.400 US-Dollar zu machen. Was ist derzeit noch ein bisschen fraglich? Wir haben immer noch diesen größeren WIG und wir zeichnen uns einfach mal das GP ein, also das Golden Pocket. Da sehen wir auch, okay, einen Move runter Richtung 30.200 bzw. 30.150. Da, wo wir die letzte Woche schon zehnmal gefühlt einfach unten waren, wäre jetzt einfach wieder die Möglichkeit, um hier langsam eine Long-Position aufzubauen. Müssen wir mal ein bisschen im Blick behalten. Momentan sieht es eigentlich ganz gut aus, dass man hier eventuell nochmal eine Long-Position wagen kann, um dann eben nochmal diesen Up-Move mitzunehmen. Wohin könnte dieser führen nochmal? Schauen wir uns an. Also wir müssen mindestens vom Abverkaufslevel, also von unserem Pump bis zum Abverkaufslevel, die 30.900 bzw. 31.000 US-Dollar Marke brechen. Und da seht ihr auch wieder die Confluence zu den letzten Tagen bzw. zu letzter Woche 1 zu 1 gleich. Die magische Marke sind die 31.000 US-Dollar. Nicht nur auf einen Stunden-Timeframe, sondern auch auf den größeren Timeframes und da blicken wir jetzt eben jetzt gleich mal drauf. Weil ich habe ja gestern schon dazu gesagt, Daily Close gestern war ich ganz gut. Wir gleichen das nochmal ganz kurz mit Binance ab, weil ich bin nicht so der Fan. BingX hat ja die Hongkong-Zeit. Deswegen gucken wir lieber bei Binance, wie sieht es dort aus mit dem Daily Close. Schauen wir uns mal an. Also Daily Close gestern war eigentlich ganz gut. Auch der davor, darüber haben wir ja gesprochen. Wir hatten das impulsive Breakout. Wir haben aber nur wieder Liquidity-Grabbing da oben gemacht. Also wir haben die Liquidität da oben abgeholt. Und gestern bzw. heute nach der Daily Close hat dann damit auch ein höheres Hoch erstmal einhergebracht. Der heutige Tagesschlusskurs sieht schon wieder ugly aus. Also wir sollten mindestens über 30.770 US-Dollar schließen, um überhaupt noch die Chance haben, Richtung 32.400 US-Dollar zu gehen. Wir haben eine Bearish Divergence auf dem Daily. Auch das haben wir die letzten Tage immer mal wieder besprochen. Höhere Hochs auf Schlusskurs, aber tiefere Hochs im RSI. Also da ein bisschen Vorsicht. Momentan trotzdem halte ich eben diesen kleinen Move über die 32.400 US-Dollar weiterhin für möglich. Ja, mehr gibt es, wie gesagt, bei Bitcoin gerade derzeit nicht zu sagen. Ein bisschen Seitwärts-Action, keine wirklichen News. Heute Abend ist noch das FOMC-Protokoll, was veröffentlicht wird um 20 Uhr. Auch das könnte nochmal ein bisschen Fahrt reinbringen. Aber ansonsten gibt es hier wenig zu plaudern. Gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Hier haben wir das Golden Pocket und diese ehemalige Range, die wir hier kurzzeitig durchbrochen haben. Jetzt wieder nach unten hin durchbrochen. Also GP und Support erst einmal gefallen. Der Retest, den wir hier hatten, hat nur kurzzeitig gewirkt und wurde dann einfach weiter abverkauft. Also auch hier kein schöner Impuls mehr nach oben. Wir gehen eher nach unten. Und sobald diese Zone jetzt hier, also dieses Tief bei 1.907 wirklich nachhaltig bricht, könnte es wirklich übel aussehen. Denn dann könnte diese Ineffizienz, die wir hier drüben noch haben, auf jeden Fall noch gefüllt werden. Das würde bei Ethereum Kurse von 1.860 US-Dollar bedeuten. Nach oben hin, wie gesagt, haben wir immer noch Luft Richtung 1.985 bis 2.060 US-Dollar. Das wäre weiterhin der Weg. An der Struktur hat sich nichts geändert. Wir sind weiterhin hier aufwärts gerichtet. Zumindest noch auch in den kleineren Timeframes. Und solange der Strukturbruch hier unter diesem Tief bei den 1.908 nicht vollzogen ist, auf 1H. Und wir können uns das Ganze auch mal auf den 4H anschauen, sehen wir das gleiche Spiel. Also auch hier sind wir noch aufgefangen worden einigermaßen. Solange bleibe ich hier erst einmal noch bullish, dass wir die Ziele hier oben erreichen können. Und sobald wir hier wirklich ein tieferes Tief reinkriegen, sieht es wirklich übel aus. Und dann, wie gesagt, nächster Step 1.860 oder dann unsere tieferen Level von 1.770 US-Dollar. Also ihr seht, an den Zielen hat sich nichts geändert. Am Plan auch nicht wirklich was geändert. Deswegen wollen wir das Video jetzt einfach nicht zu lange in die Länge ziehen. Rest besprechen wir heute Abend, wie gesagt, 19 Uhr im Livestream mit euren Altcoin-Wünschen. Und ansonsten, ja, gibt es gerade wirklich wenig zu tun, auch bei Gold, mittelmäßige Erholung. Auch da haben wir im Wochenausblick drüber gesprochen, brauchen wir uns nicht länger drauf aufhalten. Die XY, auch in so einem leichten Aufwärtstrend, aber auch nicht wirklich viel. Also, wir hören uns, würde ich sagen, heute Abend, 19 Uhr. Wenn es was gibt dahin, würde ich sagen, oder wenn es was bis dahin gibt, Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoin. Dort kriegt ihr immer die sofortigen Updates, wenn irgendwas ist. Und, ja, genau, noch eine kleine Warnung. Es gibt momentan sehr, sehr viele Fake-Gruppen von mir. Das habe ich gestern auch wieder. Wurde viel in die Gruppe reingeschickt. Hey, schon wieder eine Fake-Gruppe. Das hier, also die, wo ihr hier seht. Alle, die unten in der Videobeschreibung sind, das sind die einzigen originalen Gruppen. Mehr gibt es nicht. Ich würde euch niemals anschreiben. Ich werde euch niemals in irgendwelche Gruppen hinzufügen. Wenn, dann kriegt ihr es hier mit oder eben in der Talk- und Signalgruppe die aktuellsten Updates. Gut, dann war es das von mir. Wir hören uns heute Abend um 19 Uhr. Like da lassen, Abo da lassen. Bis später. Ciao, ciao. Und wie immer, stay.